hallo hierbei kühler mit recht herzlich willkommen auf unserem rosti kanal zum kleinen indie horror spiel hier und ich bin jetzt auf macho valley keine ahnung was hier geht mal schauen hier controls action walk and buttons left mouse button für attack shift bad for touch jump space in der eck die nur mit a und d vielleicht so ein site oder keine ahnung fahrt ganz herz dank an unsere unterstützer und dies gar nicht gemacht und zu realisieren wäre vielen dank dafür delicious great meal crazy oder er hat kein plan hier enjoy dem ja es gibt keks und kuchen wir haben keine ahnung hier keine ahnung all right but it's better to make good later state to feel carcats laser appels ja ja bla 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 I don't understand this what 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 Das steht kein Wort, ja. Bla 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 bla. So, dann können wir jetzt endlich mal laufen hier. Ah, ich springen kann nicht. Mit A und D, achso nicht nur D, ja, oh. Kann ich hier was in der, äh, was derke? The car broke down. We need to find someone who can help us. No more with a few worms and a half per hour. Jo, wir rennt hier. Was ist das für ein Horst? Batscherwelle. Die Musik finde ich immer cool, ne. Hey, can you help us? Was willst denn du hier? Ah, ja, bla bla bla. I can't help you. Ah, der ist auch gestrandet. What? Diese ganzen Texte kann kein Mensch lesen, oder? Ja, oder? Oh, wir werden so ein Monument. Ah. Äh, yes, yes, yes. Hauptsache wir haben Kuchen, oder? Was willst du hier? Hau ab, wenn wir uns hier nachher schauen. Und dann auch die Musik dazu, ne. Das passt, was davon kommt, ne. Kannst du uns helfen? Alle gestrandet hier. Alle gestrandet hier. What? Das versteht kein Wort, ja. Das ist doch so klein geschrieben, das kann kein Mensch lesen, oder? Klipp. Irgendwas mit Kuchen hat er gehabt. Ja. Ein anderes Monument. Monument. Yes. Aha, alte Hermengut, oder? Das sind so ein paar Gierpollen hier. Wo soll das noch hinführen? Ah, I have a bla 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 bla. Ja. Jo, schnauze, ja. Ich verstehe eh nichts. Another one, ja. Yes. Wir hauen ab, ja. Oh ja, nichts wie fort. Wird klopfen. Oh jetzt macht keiner auf. Valle Kimpels. Das macht keiner auf. Aaaaaa. Haben suspiciouses Vieh. Das macht keiner auf. Wieso macht da keiner auf? No one at home oder was? Hallo? Hallo? Ich verstehe nur kein Wort. Was? 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 Kann ich dir helfen? Great. Tina ist bereits bereit. Komm, mit uns. Was? Schau die Gierbollen hier an. Was ist da los? Nice to meet you. Oh, ja. Gibt es hier nur am Kuchen hier pampfen oder was? Wenn man halt keinen Plan hat, ist das schwierig, oder? A little bit. A little bit schwierig. Ich hab keine Ahnung, um was es da überhaupt geht hier. Null Ahnung. Someone's bad hier? Okay, thank you so much, ja. Good night, ja. Good night um 6, ja. Das ist kein Creepy, ja. Ich verstehe eigentlich kein Wort. Painting, das hab ich verstanden. Hä? What? Ähm, das Spiel ist ja nicht schlecht so von der Grafik her. Hä? Aber... Bei mal kein Englisch kann ich mal aufgeschmissen, ne? Ich hab es auch. What? Crazy. I don't understand this. My English is so bad. I don't speak... Oh, it's locked. Bloop, bloop, bloop. Bloop, bloop. 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 Ah, viel zu viel input hier. Viel zu viel input. Das ist auch noch ne Tür. Outlocked. Ah... Ah. Ah, warte. Several person. Head. Was kann ich da machen? Dining room. wieso mit dem kopf vorangekamen, wieso, was, 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 settings, what? what? was war das jetzt? hallo? hier gibt es noch zwei Türen also ich verlaufe mich ja hier total, ne? ah, ich bin aber da im Bett oh, Kuchen oh, ob das so gut war, hier einen Kuchen zu fudern? die wollen mich doch sicher vergiften und hey, wake up what? wach auf das ist echt kein gutes Ende hier in der Boiler Room wach, ich bekomme den Ofen ah, die Sterbe container key and knife wow, it's locked haben wir hier ein Inventory oder so? ne, ist wunderbar, ne? wunderbar, ne? pretty well wenn man halt ja gar keine Ahnung hat, was man halt machen soll, ne? wir reden, glaube ich, mit unserer Katze oder was es da sein soll keine Ahnung ah auch hier what are you? what? ja, verstehe nix, ja, laber mich dazu a little bit crazy die Katze, guckt ja die Katze an ja oh lucky me ah, ich kann ja auch springen ich kann ja auch springen nein, das habe ich ja gar nicht mehr gedacht what? ah ah, kann man hier die Dinger abmachen? ah, hier nochmal machen wir nochmal ab ah crazy 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 stuff, ja wo bin ich net schon aneher? Was? Cannibals? Das ist ein Kannibar. Ja, 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 hallo. Warm? What? Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau hier ab. Ich hau hier ab. Ich muss hier raus, irgendwie. This way, not this way. Wie komm ich hier oder raus? Ich muss hier raus, irgendwie. This way, not this way. Ah, 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 ah. What? Ich hab hier keine Ahnung, was ich da eigentlich mach. Leute, echt null Ahnung. Wir haben hier ein Messer. Wir haben hier ein Messer. Wir haben hier ein Messer. Ich hab hier raus. Ich hab hier raus. Das da? Was muss ich jetzt machen? Was? Oh, ich glaub sie ist sauer. Was? Wir haben gewonnen, ey? Was? Cheat it? Ich cheat ja auch gleich was auf die Nase. Ist das crazy, oder? Space Shift M. M. Ich hab keine M. I am. What the hell? Oh, shit, what the hell, what the hell, what the hell, what the hell, this is crazy. Aber da wie ihr seht, es ist cool, komme ich da irgendwo zurück, escape, kann ich hier irgendwie saven, back to menu, warning, progress will not be safe. Schade, 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 dass man sich speichern kann, aber es ist ein cooles Spiel, ihr könnt es ja mal gern selber spielen, vielleicht spielen ich das nochmal über Livestream, Bajo Valley, cooles Ding, macht riesig Spaß, coole Grafik, coole Figürchen, macht auf jeden Fall riesig Spaß, wir bedanken uns, wenn wir bei euch das zusehen, würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, auf uns im Rossi-Kanal, bitte bewertet das Video, schreibt es in die Kommentare und falls ihr kein Abo habt, Köpfchen drücken, press den Button und subscribe, ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, passt auf euch auf, übertreibt es jetzt, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wir sagen tschöne Bedeutung, euer Rossi, thank you und good night, 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 Vielen Dank.